Das war Männerluft, aber ich kann schon gar nicht mehr. Ich mache eigentlich auch mein halbes Hähnchen. Also, ich bin schon bei dir in der Auswahl. Mhm, also du musst... Ich bin gar nicht von der Grund eigentlich. Ich arbeite und vor allem, dass du mit uns gehst. Wie machen wir das Ding ab? Das weiß ich nicht. Gibt es keine Schrauben? Für das Vaterland. Tschüss. So, jetzt haben wir auch unser Schiköftchen bekommen. Mahlzeit. Warte raus. Warte raus. Ich wollte schon für diese Ecke, Alter. Boah, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Mhm. Wer zu spät kommt, kann früher gehen. Äh, getaubt. Ich infiziere mich als Fuchs. Du bist so alt, hast du nicht... Na komm, der nächste... Wat? Hallo? Wat? Was? Was? Waaay! Okay, wohin? Jetzt wladen schon. Michael, weißt du? 4, 5, komm nochmal, 6, 7, 8, 9, 10 What are you doing? Oh man! gì? Gut Hierfully, hier ist es Das ist 100% Ich weiß nicht, warum 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 Daher ist Sujur Tasha Ich habe zwei Gabeln Das ist Schnitzel? Das Mal Das ist Nummer 64 Das ist Nummer 65 Das ist Nummer 66 so das ist nummer 67 das nummer 68